Ich bin bereit. Ja? Mama? Was? Bist du morgen beschäftigt? Also bist du morgen im Garten, ja? Mit dem Hund? Ja, bestimmt warum? Ich fahre morgen in die Schweiz. Auslautung. Wie jetzt? Na ja, wir wollen einen Ausflug machen. In die Schweiz, einen Ausflug. Ich bin da ernst. Na ja, nicht in die Schweiz, Schweiz. Na, Tourismus betreiben. Tourismus könnt ihr auch hier in der Nähe betreiben. Dann müsst ihr nicht bis dahin fahren. Ja, kein Problem. Okay. You've been thinking about the past Thinking about the places you have been I've been wasting my time Wasting all my time Oh, time is passing by Holding on is easy But stop holding on to me If you're holding on to me If you're holding on to me Holding on is easy But stop holding on to me We've been trying to make it right Trying to define the things we like We've been trying to make it right Trying to define the things we like Holding on is easy Holding on is easy I want to make your time I will stop Crossin' that line, oh, cause it goes hard to find Mm-mm-mm 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 Holdin' on is easy, Sam If you're holdin' on to me Holdin' on is easy, Sam I'd stop holdin' on to me ...spüren und verwenden, warum A13 weiter Richtung mit dem Zettel zu fahren ...weiter